Hallo und herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin heute wieder unterwegs und auf dieser großen Wiese, plus dann dort um aufs Feld kurz. Dann bin ich wieder hier zurück auf die Wiese, es ist relativ groß und schauen wir mal, was wir heute so finden werden. Okay, ich merke mich dann gleich. So, das nächste Signal, sehr gutes. Okay, einmal Müll. So Leute, das nächste große Signal gewesen und schaut, was ich da rausgeholt habe. Wahrscheinlich ein Löffel. Hier ist noch der Abdruck. Jawohl. Ein großer Löffel. Sehr schön. Nehmen wir mit. So, mit einem sehr gutes Signal. Schauen wir mal, da hinten. Okay. Ah, da steckt was drin, jawohl, einmal eine Münze, einmal eine Münze, und es ist ein 5, rechtsfenig, oder wie die heißen, da, ein sehr gutes Signal, sehr schön, jawohl, das sind 5, rechtsfenig, deutsches reich, das nächstes sehr gutes Signal, habe ich da schon raus, Ah, da steckt was drin, jawohl, eine Münze, sehr schön, Ach so, so 5-Zentel-Kreuzer sind das, jawohl, von 1800 noch irgendwas, sehr schön, nehmen wir mit, das sind 5-Zentel-Kreuzer, von 1853, oder so, da haben wir wieder ein sehr gutes Signal, ah, ja, 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 es ist wieder Kleingeld, 10 Cent ein bisschen verbogen, besser wie nix, jawohl, so, da haben wir wieder so ein gutes Signal, Ah, da ist etwas drin, jawohl, jawohl, sieht rund aus, wieder eine Münze, hoppala, ok, aber die schaut richtig fertig aus, ok, jetzt weiß ich nicht, was das ist, aber ich werde es einmal zu Hause sauber machen, ok, so, da muss nächstes gutes Signal schon, ok, ist da drinnen, ok, ok, ein Stückchen Müll, nehm wir mit, das nächste sehr gutes Signal, ah, da ist etwas drinnen, jawohl, 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 sieht aus wie eine Münze, oder, jawohl, einmal eine Münze, sehr schön, ah, was ist das da für eine, rechte eine dünne ist das, ok, kann ich so nix erkennen, ich werde es dann eh einblenden, jawohl, so, das ist eine Einkreuzer Münze von 1759, so, das nächste komische Signal, da ist etwas, ok, keine Ahnung, muss, das ist wahrscheinlich Müll, ok, nehmen wir mit, so, da haben wir wieder sehr gutes Signal, da steckt etwas drinnen, jawohl, jawohl, eine Münze, sehr, sehr, sehr schön, jawohl, eine schöne Münze, ich kann jetzt nichts erkennen, ich werde es dann eh einblenden, wenn ich es sauber gemacht habe, super, so, es ist eine Einkreuzer Münze von 1800, so, da haben wir wieder 66, ah, da ist etwas, ok, ein Stückchen Müll, so, das nächste Signal, und da steckt es schon drinnen, ich hole es einmal raus, keine Ahnung, was das ist, keine Ahnung, was das ist, naja, ok, ich nehme es einmal mit, so, ein sehr gutes Signal haben wir jetzt doch gehabt, jawohl, eine Musketenkugel, sehr schön, sie haben richtig gutes Signal, jawohl, so, da haben wir sehr gutes Signal, Ah, da ist etwas, jawohl, jawohl, eine Münze, so, machen wir ein bisschen sauber da, ok, einmal 50 Groschen, sehr schön, sehr schön, 50 Groschen, Nehmen wir mit, so, 50 Groschen, so, da haben wir wieder ein gutes Signal, ok, einmal Müll, jawohl, da haben wir wieder ein sehr starkes Signal, Ok, muss da irgendwo drin sein, ich sehe da nichts, ok, hier drin, ok, hier ist etwas, ach so ein Knopf, jawohl, ok, sehr schön, Jawohl, da ist etwas, jawohl, jawohl, sieht aus, nach einer Schnalle, sehr schön, jawohl, super, noch komplett, ohne dass irgendwas kaputt ist, jawohl, Das gefällt mir, sehr schön, eine alte Schnalle, so, da haben wir wieder 65, sowas, ok, da haben wir etwas, Wahrscheinlich von so einer Stimmplatte, genau, jawohl, nehmen wir mit, so, da haben wir einmal 69 da rausgeholt, Ok, da haben wir etwas, ok, da haben wir etwas, oh, cool, wow, das schaut cool aus, das schaut, das schaut richtig cool aus, Cool, ja, muss ich zu Hause mal sauber machen, zeig ich euch noch einmal, aber schaut richtig geil aus, ok, super, das ist ein schönes Teil, einmal vergoldet, sehr schön, Da haben wir wieder sehr gutes Signal, habe ich da schon raus, ah, da steckt es drinnen schon, da steckt es schon drinnen, einmal 10 Cent, sehr schön, jawohl, So, da haben wir ein gutes Signal, habe ich da schon rausgeworfen, ah, da ist etwas, ein Schlüssel, jawohl, und jemand verloren, sehr schön, das nehmen wir mit, So, da haben wir das nächste komische Signal, ok, irgendwas so, Ah, ich glaube, ich spüre es schon, oder, jawohl, so, Müll, ok, und da haben wir wieder so ein komisches Signal gehabt, Ach, wo ist es denn, Was ist denn, was ist denn das jetzt? Da ist etwas, jawohl, ach so, das ist ein Schlüssel, bunt da, ja ok, so Leute, jetzt habe ich das hier rausgeholt, das habe ich schon oft gefunden, so was, keine Ahnung, was das ist, naja, ok, jetzt haben wir hier ein sehr gutes Signal da schon rausgeworfen, ok, einmal Müll, jawohl, so, da haben wir ein 67er Signal, jawohl, da haben wir etwas kleines, oh shit, oh yeah, ich kann es nicht glauben, ich kann es nicht glauben, wieder eine silberne, boah, der fällt, ich drehe durch, yeah, ja, aber die ist schöner beinahe als die letzten, jawohl, ja, hoppala, yeah, jawohl, jawohl, top, nun muss ich ja wissen, welcher das ist, ja, muss ich dann zu Hause nachsehen, jawohl, sehr schön, so, diese schöne Silberne ist ein Kreuzer von 1669, Salzburg, sehr schön, da habe ich das nächste gutes Signal rausgeworfen, da ist etwas, okay, keine Ahnung, was das jetzt ist, aber ich nehme es einmal mit, okay, so, das nächste gutes Signal, da ist es noch rausgeholt, ah, da steckt etwas drinnen, jawohl, eine kleine Münze, sehr schön, sehr schön, was ist das für eine, okay, ein Kreuzer, 1862 oder so, jawohl, hier haben wir wieder ein gutes Signal, das habe ich da rausgeschossen, okay, steckt da drinnen, ein, okay, einmal Müll, jawohl, so, Leute, hier haben wir ein Oberflächensignal, ah, da ist etwas, ein Kreuz, ein Kreuz, okay, aber das Innenleben fehlt, naja, okay, so, das letzte Signal, das ist ein sehr gutes Signal, und dann bin ich da hin für heute, ah, wo ist denn das jetzt, ah, wo ist denn das, so das da oder so reißverschluss ok jawohl leute das war's ich zeige euch dann gleich die ganzen funde bis gleich